greift ja was soll ich sonst machen das war das alle anderen sich getötet haben und dann das ist jetzt sie traurig ja jetzt sie traurig, dass sie jetzt in der Ecke sitzt wer sie jetzt in der Ecke sitzt und sich allen von der Nuller schweiler weiss da man wer schlägt mich da? Steve! Chris! komm hierher! komm hierher! komm hierher! Steve, wir sind alle da rum, mal auf mich Chris! bleib stehen! ich steck mich dran Kalle, bist du da? ja was ein Witzer! ok Steve, ist alle da! ja? hallo? ja Buddy, join your channel komm hier ab! ja, du hast auch mich geschossen! Solo, geblüht! Solo? nein Steve! hallo! was geht? endlich mal wieder ein vernünftiger spielpartner hallo! 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 naja spaß modus deaktivated hallo! aber mit Sprele war das auch ganz viel spaß gemacht wir haben auch lange überlebt sie haben uns aus dem Scheiß rausgehalten man wow! leut leut siehst du das? ja, ich bin auch mitgeflogen ähm ja wir haben nur gesehen, dass ihr durch das Portal gegangen seid und deswegen sind wir auch weggelaufen vor euch weil ich keinen bock hatte auf dich mit kämpfen ja ja kein bock scheiße oh oh hab überlebt oh ist ja klar nicht in unserer dringend aber wir können zum links laufen das Portal ja laufen wir Max geht das Portal ja ja die sind geil eigentlich ja mit keiner hat auch Sport gemacht ne wir konnten uns richtig gut absprechen und haben auch verdammt es hat sich wieder umgestellt ich muss mir das wieder einstellen, dass ich nächstes Mal das Schütz wieder habe hier war jemand hier ist jemand gewesen ich hab vorbeigelaufen soll ich mal tracken? was gleich damit da da ich hab ich track mal ne da hab auch schon ähm wer waren das jetzt? hier ist sie wieder auch jetzt ist sie mit Chris wieder zusammen zusammen? aha äh als Teampartner das Spiel macht richtig Laune man warte warte ah sie sind die kommen wieder zurück ja ich brauch Pfeile hast du wieviel Holz hast du? 3 und 2 3 und 2 Leder verdammt wollen wir die mal töten? dann hab ich auch wieder was ja ok los gehts ich krafte mir mal ein Pfeil kannst du mal gleich ein Holz äh kannst du gleich mal ein Lagerpfeil kraften? Steve? naja was ist jetzt hier los? äh der ist wieder weg von mir warte warte bei Steve danke die wärmt sich auch gerade ach der Singers nicht gerät war noch gar nicht voll ich hab einen Pfeil ne? ja ok solltest du es gemacht ich lau umlauf die meine ah ich hab sie gesehen ok chill von dem Elektroschrott oh ich werd angegriffen oh oh ich ja ich äh ich denk mal die werden mich verfolgen ja zeh doch mal umrufen die ja was denn? was los? ach ihr Arschel ja lass mich doch mal ein bisschen in Ruhe nein aua ey chris sind die Teams eigentlich zufällig? nein oh du Arschler alter chris man wirst du wirst du? ja chris chris ist irgendwo anders da hinten willst du überleben chris? willst du überleben? ja bleib stehen ne die bis hinter mir hast du Pfeile bestimmt? ne doch warte ich steh nicht mehr ich steh nicht mehr du hast ihn aus meiner range gestanden chris bleibt doch stehen wir wollen doch noch reden oh mein michi was denn? lass uns doch wo ist der hin? wo ist der hin? wo ist der hin? oh hier ist Leder wollt ihr euch das nicht holen? hier du legst uns ab wo ist der hin? der ist hier hinten lang ok ja das kann ja jetzt gehen ja ich wollte auch schon hingehen ne warte 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 mit Tobi will ich jetzt noch nicht kämpfen man ach geh zu Tobi willst du mit Tobi kämpfen? hier ist alles voll haben wir schon wieder die beiden ey wir sind jetzt alle guck mal wir sind alle in einer Zone ja geil auf die kämpfen warte ich muss mir erst mal Rüstung machen hast du du hast du mal Holz für äh Lagerfeuer? oh yesi das tut uns aber leid ne kannst du mir mal ein paar Pfeile vielleicht abgeben Steve? ich hab's tun ja ich hab ein du nicht Entschuldigung danke los geht's warte 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 ich mach hier die nochmal oh chris schade das war jetzt blöd hat sie ja alles wo sind die? wo sind die? sorry jessi jessi hat keinen bock glaub ich mehr auf uns irgendwann ne ne die ist äh woanders nie dann dann hörst du uns ja aber trotzdem so oft wie du die tötest eigentlich hallo so oft wie du die tötest also äh ja ist so du hast doch irgendwas klückenlecker ist online soll ich ihm sagen dass er das holen soll? ja sag mal wo bist du? wo bist du? wo bist du? dann hol ich mir die kiste ja mach ich die bekämpfen sich hier herrscht schon ne waffe ähm hier herrscht schon ne waffe hier herrscht schon ne waffe steve wieso wir sind doch wir sind doch außerhalb jetzt vorne guck ihr da ist die linie das stimmt ich hab noch dran nicht gedacht aber wir werden uns wir werden jetzt zu dem antin teleporter laufen wegen dem links weißt du? ich hol das mal kurz ja gar keins welches das linke oder das rechte nein nämlich das rechte äh linke ich nehm das leder mit ich brauch auch ne rüstung ich hörst du die kiste vorbeigelaufen hä? hörst du die kiste gar nicht? nein ich hör die kiste gar nicht scheiße vorbeigelaufen egal nein bleib gleich stehen bleib gleich stehen oh 2 holz geil ich komme ich glaube philipp macht das auch Spaß das spiel ne ich bin dann schon mal drüben ja karl ist tot ja ich bin drüben geht ganz viel holz ich hol mir das elektro ok kommst du wieder oder soll ich zu dir kommen? ich komm dann zu dir weil wegen dem holz ich hoffe natürlich dass hier keiner ist ja gut so schnell dürfte hier keiner sein wie geh jetzt weil die waren ja alle in der einen zunge die sich jetzt ist sie wieder weg ja ich mach mal die ist ja tot habs ok ich craft mir mal Lagerfeuer buddy left your channel Kalle ist auch tot na Kalle hallo Yassi hi wie guckst du eigentlich zu Yassi? wie war es Steve? jetzt gerade rund ok oh ich brauche feuer? ja du bist ja noch in einer anderen zone ja sie bekämpfen sich gerade in einer anderen zone Steve bei mir oder was? eine zone weiter wo? 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 ich komm mal zu dir hallo schön ja ach da ich wollte noch ein bisschen looten bei mir ja kein Problem hättest du Bescheid sagen müssen hast du auf mich gewartet hier? hä? ja ich hab mich schon Sorgen gemacht im Bild ja Tobi war noch nicht online so heftig so heftig so heftig mit Tobi mit Tobi? ne mit Philipp ja es ist heftig er hat mir nochmal die richtige ja ich hab dir erzählt und natürlich ja keine ahnung wegen so einer Kleinigkeit ja ja ich versteh es ja nicht oh warte ich auch nicht darf ich das jeder haben? ja nehm ich den höre ich oh nein ein neues Elektronik ja mein oh ein Speed Trunk ist einer gut? sind die alle drei schon tot? äh ja ja das war Chris und einmal Kalle und einmal Jesse leil hätte ich jetzt nicht gedacht das Spiel macht so fun alter immer neue Überreichung Kevin sagte jetzt auch das gefällt ihm nicht aber guck es ihn jetzt an er spielt ja Philipp hat auch gesagt das gefällt ihm nicht und geht hier auch darf ich nehmen? ja ich hab ich gesagt ich will nehmen ich brauche ich brauche ich brauche nicht aber was hat nicht gesagt Michi? ja das Spiel nicht mag es am Anfang wer hat das denn gesagt? ja aber wie kommt der drauf? ja weil bei Kevin das selbst aufwachte das was die scheiße ist noch leder mit ihm ja ich brauche noch eine also das hat die über Kevin gelästert ja und dann ne ich noch über Kevin über alle eigentlich die über alle? also auch über mich du hast es ja auch am Anfang gesagt das Spiel ist nicht geil nein als ich noch nicht gespielt hatte ja ok als ich die erste Runde gespielt habe habe ich schon gesagt ja das ist eigentlich nicht so scheiße ja das ist meine Abwechslung im TS ist manchmal langweilig wird langweilig hier hat man eine gewisse herausforderung ja und es ist immer was Neues mit einem neuen Teamkameraden sich einfinden und so ich möchte mal gerne mit Jessi spielen ja ich spiel auch ich spiel immer mit Dings hier Chris Chris oder Kevin hast du schon einmal gehabt? ja Kevin und Chris und Kalle und Kalle stimmt ich habe immer gewechselt ich habe einmal Kevin gehabt einmal Steve und einmal ich hab ne hier das doch was das doch was das doch was ja ich kann mir jetzt so quarften und und immer das faszinierendste wirklich steve kriegt immer nur Jessi in die Flinte als erstes ne was ist mit Jessi? ja du bekommst immer nur Jessi als erstes zum kämpfen ne ja ne die Zone ist zu ach äh steve wir haben hier einen bei uns in der Zone drinnen ich hab schon zwei Elektro schott gesammelt nein wer ist denn alleine oh fuck steve ja nicht so ganz so weh wir haben Zeit wo waren sie denn? hinter uns ist einer oben ganz oben sind sie gleich hier ach so wollen wir da hin? hast du nen Gleiter vielleicht? äh ja ich hab einen Gleiter ich glaube schon ja was denn? jetzt sie ach so ups oah jetzt müde ich noch hier ey wir mithören was? wir mithören um was geht's? ichi ja bin hier hat's geschafft haupt 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 ja warte hier waren die in haupt 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 also das team ist auch weg ist nur einer am leben glaube ich was nehme ich mal unsiehbar buddy left your channel ne philip und kevin sind auch online am kämpfen ich müsste mal ein paar pfeile kraften hast du irgendwo was gefunden zu ne karte dahinten was auch diesen super sprung aktiviert die beiden rechts am band hier wo wir da hingehen die kommen hier zu uns ich guck mal feuer du auch bestimmt jetzt hier ist du gerade oder ist du steve ich esse gerade ok runter ne haha philip ist tot ich habe einen gleiter ne ja 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 ich muss noch zwei sekunden warten buddy left your channel ok gegen kevin bist du da steve willst du das nehmen oder soll ich das nehmen hast du noch geschützt bei dir mit hast du noch geschützt bei dir mit na es hat sich wieder umgestellt deswegen hast du wir haben gewonnen hast du noch mal selbstmord ha buddy left your channel ja gut was war denn los bei euch buddy was moved out of your channel hast du irgendwo Hals gefunden wir haben alles weg gelootet man hast du mit Absicht gemacht wir haben gedacht wir wissen wo die sind wir holen für uns von das ganze Hals weg haha ha 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 ja ich mach noch ne Runde mit gerne mehrere Runden äh äh kürt äh ähm der spielt grad noch warframe ja gut er hat gesagt er kommt grad vom Saufen wieder und spielt mit nem kollegen Das ist noch Warframe. Warframe ist immer gut. Chris, was machst du jetzt? Keine Antwort. Steve, kannst du ein Lobby aufmachen? Ja. Philipp, lass mal runtergehen. Wir gehen. Ciao, Philipp. Bitte. 1, 2, 3, 4, 6, 6. Ja, passt auch. 6. Ich will jetzt hier im Team sein, Mann. 2.